Das Spiel von Claude Debussy, ein sehr, sehr schönes Klavierstück, was aber eine ganz weitgespannte Melodie hat. Und deshalb eignet es sich ganz besonders, auf dem Klavier hat man ja immer nur, der Ton geht weg. Und wenn er gesungen wird, dann kann man ihn eben, oder gespielt wird, mit dem Atem gespielt wird, dann kann man ihn eben lauter und leiser werden lassen. Und das ist sehr faszinierend für den Klavierspieler, das kann er nämlich nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Musik Du hast die Stimme, so auch die Stimme. Meine Damen und Herren, es freut mich, dass du noch... Gott sei Dank hat der Wissi das nicht gehört. Es war so schön wie noch nie zuvor. Bitte. So, ich habe oben einen Ersatz, den muss ich mal runter. Und ich spüle jetzt mein Ersatzprogramm. Ja, was wünscht ihr euch, Freunde? Ihr dürft euch was wünschen. Wenn sich keiner... Das High-Way zu helfen? Ja. Das High-Way zu helfen? Das High-Way zu helfen? Sunny! Ja, leider kann ich niemanden ans Travier bitten, da wird er böse. Warte mal, Sunny, mit welchem Ton geht's denn los? Da müsst ihr aber auch schnipsen. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Das ist schön langsam, das liegt ja hin. Eins, zwei, drei. Das ist schön langsam, das ist schön langsam. Das ist schön langsam, das ist schön langsam. Amo. Amo. Wir können jetzt weiter spielen. Applaus Ach, jetzt schon wieder er. Nimm ich sie, ja? Oh Gott. Du hast nur zu arbeiten hier auf der Bühne. Ja, zweiten Teil vielleicht. Kannst du mir mal einen Anfangston sagen? Ja. Okay. Fortsetzung dem Sieb. Da brauchen wir echt einen anderen Atem. Ja. 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 Das ist 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 ja.